Und, äh, da müsst ihr gegen alle Bossgegner plus einen siebten Bossgegner, also gegen die sechs, die ihr vorher gekämpft habt, und noch einen siebten. Äh, wer das jetzt nicht hören will, macht lieber die Boxen aus. Und zwar, es ist BowserX, der hat über 7000 HP, laut Internet, und wenn ihr eine spezielle Attacke eingesetzt habt, saugt ihr sie euch gleich, saugt ihr sie euch weg. Alles nur ein, ein sehr unfairer Boss. Ey, komm, was habt ihr für Probleme? Ne, ist nichts für mich. Kurzer Cut. So. Hm, schade, dass ich euch BowserX nicht zeigen konnte. Ich dachte, Level 40 würde reichen. Aber da hab ich mich wohl geirrt. Sehr geirrt. Ey, das ist doch der Anfang, ne? Hm. Okay. Also, ich hab schon mal Bowser's Level erreicht, was ich haben wollte, sonst war er 25. Oh, der Tasche ist immer noch zerstört. Ah, ja. Ja, ähm, wegen BowserX, man kämpft mit Bowser in Bowser's Körper. Hm. Hm. Okay. Oh, yeah. Hm. Krallfried, meine Blockdogger hat richtig Lust, mal gewaschen zu werden. So. Oh yeah. Oh yeah. Auch mehr nicht. Oh nein, nicht die scheiß Attacke. Aua. Hm. Würde wohl nichts bringen. Na los. Hundi, die machen dich sauber. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh man. Ab in meinen Magen für Mario Luigi. Hey, nicht die Brüder-Items. Arschloch. Hm? Aua. Scheiße. Aua. 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 Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hm. Sternbonbon. Hab genug davon. Oh, Gott. Meine Raufdocker hat immer noch ein bisschen Lust, sich zu vermöbeln. Ja, ja. Direkt, direkt, direkt noch weg. Oh, yeah. Hm? Hm. Rauf, docker. Kostet mir zwar... ...zwar sauviel, aber es ist mir egal. Okay, this is over. Oh, yeah. Sorry. futures. Awok. Excellent bonbon. Okay. Ich hab Koopa Keile. Nee. Oh, yeah. 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 Oh, yeah.